Die Herausforderungen für die Finanzbranche sind gewaltig. Digitalisierung, Regulierung und auch Negativzinsen lassen keinen Stein auf dem anderen. Und das ist durchaus auch auf dem Beratermarkt zu spüren. Unser Thema jetzt hier auf dem Financial Planner Forum mit Hans Heinrich Meller. Er ist Generalbevollmächtigter der Finum Private Finance AG. Schön, dass Sie da sind. Herr Meller, welche Themen beschäftigen denn die Berater aktuell im Private Banking und im Wealth Management am meisten? Also ich sehe das in drei Sichtweisen. Das erste ist einfach ganz banal. Das ist nämlich das Thema, wie sicher ist mein Arbeitsplatz? Wir verfolgen das. Jeden Tag kommt praktisch eine neue Meldung, dass wieder Bankenstellen abbauen. Und das ist ein ganz klares Bedürfnis, da die Sicherheit zu haben. Ja, das ist noch ein Traumjob und ich mache das noch bis zur Rente oder auch darüber hinaus. Das zweite ist sicherlich das Thema Internet. Digitalisierung geht auch in alle Bereiche. Wie sicher ist es, dass ich meine Kunden nicht an das Internet letztendlich verliere? Da sage ich, sind wir in einem Segment mit dem Private Banking noch gut aufgestellt. Ja und das dritte ist so das Thema, wie frei bin ich noch in meiner Beratung? Die Banken haben natürlich das Thema Regulierung, was uns genauso betrifft als viele um Private Finance. Aber die Banken nutzen das natürlich sehr stark standardisierte Produkte an den Markt zu bringen. Und da muss man sich die Frage stellen, brauche ich noch einen Banker, einen Berater oder brauche ich einfach noch einen guten Verkäufer, der das dann umsetzt? Was sind denn die Gründe, die diesen Wandel in der Landschaft, den wir jetzt schon seit einiger Zeit beobachten, fördern? Ich denke, das Kernthema ist der Kostendruck und das kommt aus den Zinsen. Ich meine, wenn man von 30 Jahren jemand erzählt hätte, dass man für Spareinlagen jetzt Verwahrentgelte, die ersten Banken machen es ab 1 Euro zahlen muss, unvorstellbar. Es gibt auch kein Backup, man kann das ja nicht sagen, das war schon mal vor 30 oder 40 Jahren. Also der Kostendruck, der auf die Banken natürlich kommt, mit riesen Backoffice-Einheiten, die noch dahinter liegen. Da ist einfach der Bedarf, dass man sagt, das müssen wir abschmelzen, die Filialen werden zusammengestrichen. Es konzentriert sich alles noch auf wenige Berater. Die Kundenanzahl soll auch noch wachsen, das ist ja ein kontereres Thema. Und eben dann dieses Thema Vergütung. Man muss das auch sehen, die Bonuszahlungen oder die guten Vergütungsjahre sind vorbei. Wie wird sich denn jetzt die Dynamik des Raus aus der Bank, so würde ich es mal als Motto kennzeichnen, entwickeln? Sehen Sie da weitere Dynamik oder eher zurückgehende, weil vielleicht ja auch schon viel passiert ist? Wie skizzieren Sie die Lage? Ich sage mal so, aus unserer Sicht ist die Dynamik noch viel zu gering, klar. Wir stellen ja gerade Leute ein oder Damen und Herren aus dem Bereich Private Banking. Wir spüren, dass eine Dynamik von den Beratern selber jetzt auf uns zukommt. Früher waren wir selber sehr aktiv, wir sind auf die Berater zugekommen. Ich denke, der Trend wird sich weiter fortsetzen, aber nicht jetzt so dramatisch, dass ich sage, das ist für uns jetzt mal ein Zuwachs von über 40, 50 Prozent. Es wird immer mehr diesen Weg gehen. Aus unserer Sicht ist, wie gesagt, viel zu wenige. Was ist denn die Motivation derjenigen, die raus aus der Bank gehen? Was ist denen wirklich wichtig und worauf müssen Sie als Haftungsdach in solchen Fällen achten? Also die wollen eigentlich wieder Spaß haben an ihrem Job. Das muss man nüchtern sehen. Wir haben ja auch einen neuen Markenauftritt. Bei uns sind die Berater frei in ihren Entscheidungen. Natürlich habe ich die Regulatorik genauso zu beachten wie eine Bank. Wir haben ja die gleiche Lizenz. Aber wie gesagt, man muss sich vorstellen, dass die Berater auch unter einem sehr hohen Druck natürlich arbeiten in den Banken. Soll jetzt heißen, dass wir natürlich auch ertragsorientiert sind, aber es gibt klare Vorgaben, immer höhere Ziele, immer noch mehr Kunden mit vielen Assets zu gewinnen. Und die Berater wollen da in der Freiheit einfach wieder das machen wollen, wo sie früher auch dafür gestanden haben, Beratung. Müssen denn die Berater, und das ist die abschließende Frage, zwingend in die Selbstständigkeit gehen, um sich der Filum AG anzuschließen? Das ist nicht so. Wir sagen, dass das Anstellungsverhältnis oder die Tätigkeit, ob selbstständig angestellt ist, nachher ist das Entscheidende. Wichtig ist der Business Case. Der muss für beide Seiten einfach stimmen. Es ist oft ein emotionales Thema. Ich komme ja selber, ich habe ja früher bei der Dresdner Bank lange gearbeitet. Und das ist ein emotionales Thema. Gehe ich in die Selbstständigkeit, gehe ich in die Angestellten-Tätigkeit? Vom Doing bei uns oder in dem Bereich ist das das Gleiche. Aber natürlich meistens ist auch die Familie oder eine Situation, die eine Anstellung, eine feste Liquidität erfordert, einfach erforderlich. Wir haben eine Menge gelernt über den Beratermarkt. Viel Erfolg in 2020, Hans-Heinrich Meller. Dankeschön, schönen Kongress hier noch. Vielen Dank. Vielen Dank.